Hey! Meine lieben Kywis und willkommen zu einem kleinen Info-Video. Ich zum Beispiel zum kleinen... Ja, ich rede immer ein bisschen was und ihr könnt zuhören und blabla. Wenn ich total zerstört aussehe, dann liegt das einfach daran, dass, äh... Ja, ich total Kopfschmerzen hab und das ist auch der Grund, warum heute kein richtiges Video kommt und das wollte ich kurz kurz gesagt haben. Ich weiß, es kam auch schon gestern kein Video und so und so blabla, aber... Pff, Leute, bitte verzeiht mir das. Ich hab gestern einfach keine Zeit gehabt und heute wollte ich was auferlegen. Ich hatte solche Kopfschmerzen und so und... Ja, tut mir wirklich extrem leid. Am Morgen geht's täglich weiter. Ich verspreche es euch. Das tut mir echt leid und... Ja. Für alle, die das Video mit meiner Freundin noch nicht gesehen haben, das denke ich mal, haben die meisten schon echt gut... Es ist richtig gut bei euch angekommen. Ähm, könnt ihr mal machen. Das ist das letzte Video. Das heißt, meine Freundin rockt mein Geschäft. Irgendwie sowas. Und, äh, ja, da meinten ja auch viel, dass ich und Sandra uns extrem ähnlich sehen würden, was ich irgendwie komisch finde, weil ich das nicht finde, aber irgendwie meinen das auch wir von euch und naja. Ich weiß auch nicht mehr, was ich sagen soll. Ich bin einfach total fertig. Ich hab richtig starke Kopfschmerzen. Ich schneide es jetzt noch. Also ganz schnell ein Latz hoch, damit ihr zumindest die kleine Info habt. Sorry wegen gestern, da hab ich es echt nicht geschafft. Und heute, ich hab viel zu starke Kopfschmerzen. Ich hoffe, ihr könnt es verstehen. Ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder da. Also, auf jeden Fall morgen wieder täglich. Ich verspreche es euch auf jeden Fall. Und ich hoffe, ihr könnt mir das Ganze verzeihen nochmal. Ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns dann morgen wieder, wenn es richtig weiter geht. Bis dahin. Ciao, meine lieben Qubis.